ultra fällig bereits guter letzt nur noch die zu laufleitung vom krachstofffilter zur hochdruckpumpe fahrzeug thema inspektion filterwechsel willkommen auf dem youtube channel von atp autoteile wir möchten heute an einem bmw f11 530 diesel einmal eine komplette inspektion durchführen an dem fahrzeug haben wir bereits einen ölwechsel durchgeführt das video habt ihr bereits wahrscheinlich schon auf dem youtube channel gesehen heute möchten wir separat in dem video zeigen wie wir einmal den krachstofffilter dieselfilter auch genannt austauschen einmal den kompletten luftfilterkasten ersetzen der ist in der regel bei diesem modell ist das ein kompletter luftfilterkasten und einmal den polenfilter beziehungsweise innenraumfilter klar natürlich gehört der ölfilter zur inspektion hinzu aber da er erst kurzem gesetzt worden ist ist das nicht notwendig zu der inspektion gehören natürlich weitere kontrollen es gibt in der regel bei bmw so einen großen check da werden verschleißteile überprüfen man checkt die scheibenwischer die reifen oder verschleiß die bremsen ja also eine komplette arbeitsablaufliste die man durchführen kann speziell in dem video machen wir heute einen filterwechsel wir fangen mit dem luftfilterkasten an das geht in der regel am schnellsten dieser sitzt unter der motor abdeckung hier die müssen wir einmal ab kapseln und hier haben wir dann die luft ansaugung das ist das luft ansaugerrohr das führt dann hierher und das ist dann einmal unser luftfilterkasten deckeln der ist in der regel links und rechts geklipst dazu mit dem finger hinter die klammer fahren und einmal das ganze aufklipsen dasselbe spiel auf der anderen seite man kann nur nicht gut hin filmen da ist damit es nicht gut erkennen kann das ansaugrohr hier werden wir noch einmal aushängen müssen dazu etwas dran ziehen zur seite drücken und dann können wir einmal den luftfilterkasten hier rausholen so schnell funktioniert ein luftfilterwechsel an diesem fahrzeug modell das innenleben kann man so rausholen wie man hier sehen kann ultra fällig bereits den ganzen dreck hier im kasten sollte man natürlich dann ausraugen ausblasen dann einmal den luftfilterkasten hier und den setzen wir dann jetzt einmal hier hinein so man muss halt bedenken also einbaurichtung man kann man kann es in der regel nicht falsch machen mit der wolle hier kommt zu der ansaugseite oder zumindest zu der seite wo das ansaugrohr sitzt und die seite mit dem luftfilter selber kommt zur motorseite das ganze wird dann wieder in umgekehrter reihenfolge wieder rein gesetzt und wieder mit den klipsen fixiert unser chor wird wieder hier befestigt und schon haben wir einen luftfilter wechsel an einem bmw f30 530 diesel ersetzt wir gehen weiter kraftstofffilter für den kraftstofffilter wechseln müssen wir einmal das fahrzeug hochheben denn dieser sitzt wenn ich mich jetzt nicht täusche auf der fahrer seite unterhalb in der höhe vom fahrersitz dazu werden wir aber auch einmal die unterbodenverkleidung abschrauben müssen um an den filter dran zu kommen der kraftstofffilter sollte in der regel hier unter dieser abdeckung setzen dazu werden wir dann einmal aber hier diese große komplette abdeckung abschrauben müssen handvoll schrauben müssen dafür gelöst werden achternuss braucht ihr dazu dann ziehen wir das ganze hier schon mal raus so klappt so die abdeckung haben wir etwas abgeschraubt und können jetzt hier unter dem fahrersitz einmal auf den kraftstofffilter schauen ist recht simpel auch zu tauschen hier haben wir dann einmal die heizung dazu schrauben wir dann erst mal den kraftstofffilter ab der ist hier mit einer mutter befestigt 10 an uns braucht ihr dazu einmal abschrauben dann kommt das ganze runter lösen dann einmal diese schelle hier die kann man so rausziehen da kann man die komplette kraftstoffheizung oder ja und den zufuhrschlauch in einem ganzen herausziehen und zu guter letzt nur noch die zulauf leitung vom kraftstofffilter zur hochdruckpumpe mit die schelle lösen und abziehen vom schlauch oder zum filter abziehen und dann hat man den filter schon in der hand bedenken bitte aber es läuft kraftstoff aus den müsst ihr dann definitiv aufhangen mit der auffangwanne oder sonstigen so die eine leitung hier können wir schon mal aushängen lösen gerade noch einmal die mutter und jetzt können wir das ganze hier einmal aushängen leiter zur seite drücken so jetzt kommt noch viel besser dran statt mit einer zange oder flachraum dreher und holen die spange da einmal raus spange raus und jetzt wenn wir einmal das anschlusssystem da lösen einfach nur etwas drehbewegung nach außen wegziehen und dann läuft da auch schon kraftstoffe raus deswegen gesagt alles schön auffangen so passt das dann dasselbe spiel dann wie gesagt hier vorne mit der zulaufleitung die stelle dann einmal lösen je nachdem welche stelle verbaut ist sondern durch drehbewegung kann man hier den filter auch einmal abziehen und schon haben wir dann einmal den kraftstofffilter in der hand das einzige was wir vom kraftstofffilter übernehmen müssen ist einmal der gummiring wenn dann nicht mit neu kommt in der regel aber die halterung muss man auf jeden fall ersetzen beziehungsweise mit übernehmen dazu hier die kleine nase betätigen und dann kommt man das ganze hier so einmal ab so das gummi was wir hier übernehmen sollte natürlich noch mal an derselben position drauf geschoben werden wo hier auch das auf dem alten filter gesessen hat dazu kann man sie ganz gut erkennen so passt das halbwegs hundertprozentig muss es jetzt nicht sein und jetzt einmal wieder vorne in den schlauch anbringen vertauschen kann man das ganze nicht da die anschließende unterschiedlich sind hier müssen wir noch beachten hier haben wir einen kleinen schwarzen dichtring der sollte auch wieder mit übernommen werden bei manchen filtern kommt er mit neu bei manchen ist er nicht dabei muss man auf jeden fall übernehmen das hier passt in der regel auch nur in eine position damit hier eine kerbe haben und die kerbe muss sie einmal in den filter drauf geschoben werden und das ganze dann hier dann mit dem der klammer durchstecken und absichern sehr gut so passt das das ist jetzt auf jeden fall fest das muss noch immer gut einmal einrasten und fast komplett bis zum anschlag durchrutschen natürlich hier die stelle nicht vergessen anzuziehen und dann bringen wir unsere halterung um wieder an und verschrauben das ganze wieder an die karosserie kraftstofffilter wechsel haben wir erledigt denken bitte dran den kraftstofffilter oder die leitung hier muss einmal entlüftet werden und das wird er nicht nur mit orgeln sondern tester anschließen und die tankpumpe im tank ansteuern damit die den kraftstoff einmal komplett nach vorne fördert und über die rücklaufleitung wieder zurück fördert damit die rest die luft komplett aus dem kraftstoff system verschwindet denn das könnte zu einem hochdruck pumpen schaden führen und wäre dann eine sehr teure angelegenheit und der sonderfunktion fahrer kraftstoff system entlüftung können wir jetzt hier einmal f1 system entlüftung starten dazu verein zu drücken im folgenden schritt gibt man hat keine information angezeigt zeitdauer 120 sekunden fortfahren durch die ansteuerung der elektrischen kraftstoffpumpe können folgende fehler für die kraftstoffvorförderregelung eingetragen werden ok dass man bescheid weiß danach sollte man red ich dann zumindest mein motor steuergerät den fehlerspeicher löschen rechtslaufzeit so die entlüftung läuft bitte warten hier hat man die restlaufzeit und das dauert jetzt ein kleiner moment hier so sieht man dann einmal kraftstoff niederdruck der dann anliegt in milibar also wir haben jetzt knappe 3 bar die die vor förderpumpe aus dem tank dann nach vorne fördert letzter teil vom filter polnfilter wechsel in raumfilter wechsel ja das ist hier etwas bisschen beengt deswegen wird das etwas schlechter sein zu filmen wir haben hier einmal die abdeckung unter dem handschuh fach das ist die große abdeckung hier die ist eine regel mit 12 schrauben befestigt ansonsten ist die nur geklipst nur hier kommen die schrauben durch jeweils links und rechts da hinten dann kommt die abdeckung schon mal entgegen die kann man so zur seite legen gegeben falls den sigarettenanzünder noch aushängen und dann können wir hier einmal auf den polnfilter kasten schauen so der ist von unten auch mit schrauben befestigt dazu braucht ihr dann kleine torx schrauben um müsst diese torx schrauben dann einmal alle heraus drehen jeweils rundherum wo die auch überall zu sehen sind und dann bekommt ihr den deckel runter meine deckel unten ist kommt ihr dann sofort an den polnfilter dran deckel habe ich mal jetzt ganz schnell abgeschraubt dann könnt ihr den deck unteren deckel schon mal rausziehen bedenken bitte hier dran hier sind ablaufschlauch den müsst ihr auf jeden fall anschließend sonst tropft es euch an kondenswasser regenwasser hier im innenraum der muss auf jeden fall angeschossen werden und von unten kann man dann in den kasten da reinschauen ich suche das mal gerade zu filmen und innen sitzen dann einmal die polnfilter die müssen jeweils dann einmal rausziehen so bei dem neuen filter muss man beachten wir haben da eine airflow richtung hier steht sogar airflow mit zwei pfeilen die zeigenden richtung innenraum also sprich von da wird die luft angesaugt und wird dann hier einmal durch polnfilter gedrückt beziehungsweise durch die beiden polnfilter gedrückt er hat hier in der regel zwei ich habe hier leider aber nur ein polnfilter rausgezogen weil dann jemand da nicht seine arbeit richtig gemacht hat und hat dann nur ein polnfilter reingesetzt korrekt also die zwei werden dann separaten zwei führungen reingeschoben deckel wieder angebracht und das ganze wieder zusammengebaut das war einmal eine komplette inspektion beziehungsweise filter wechsel an einem bmw f5 30 diesel noch mal zur info die produkte werden euch in der video beschreibung verlinkt oder schaut mit eurer schlüsselnummer auf der homepage von atp autoteile vorbei dort könnt ihr die schlüsselnummer eingeben und ihr kriegt die kompletten filter oder sonstiges material für ihr fahrzeug dann halt über die homepage angezeigt seid gespannt was als nächstes folgt und wir sehen uns dann nächstes mal das team von atp autoteile